Das Erstellen von Tags für jede Datensatzart ist so einfach wie das Navigieren zur Registerkarte Felder und Formulare im Verwaltungsmodul, das Auswählen der Datensatzart, für die Sie ein neues Tag erstellen möchten, und das Auswählen der Registerkarte Tags. Klicken Sie auf der Registerkarte Tags auf Neu erstellen, geben Sie Ihrem neuen Tag einen Namen und klicken Sie auf Erstellen. Wenn Sie in der Pipeline-Ansicht das Powerpanel öffnen und auf der Registerkarte Ansicht die Option Tags auswählen, werden die farbcodierten Tags in Ihren Opportunity-Karten angezeigt. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über Ihre Opportunity-Karten fahren, wird die Schnellansicht angezeigt, in der die von Ihnen angelegten Tags oben stehen. Durch das Klicken auf einen beliebigen Tag wird eine Liste aller Datensätze mit diesem Tag angezeigt. Tags sind in Datensätzen an mehreren Stellen sichtbar und können dort geändert werden. Wenn Sie eine Datensatz-Detailseite anzeigen, finden Sie das Tag auf der rechten Seite der Seite. Um die Fähigkeit, Tags zu erstellen, an bestimmte Benutzer in Ihrem Bereich zu delegieren, navigieren Sie zum Admin-Modul und wählen Sie Einheiten, Nutzer und Rollen aus. Wählen Sie dort die Rolle, die Sie ändern möchten und klicken Sie auf Rolle bearbeiten. Sie können nun die Fähigkeit zur Erstellung neuer Tags für jede Datensatzart auf der Registerkarte Einheiten entfernen.